Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Eldritch, einem Spiel, das so ähnlich sein soll wie Delver. Also ein Roguelike, nur halt nicht in einem Fantasy-Setting, sondern wie man hier recht deutlich sehen kann, in einem Lovecraft-Setting. Ich gehe irgendwie mal davon aus, dass die meisten das kennen werden. Ist halt Horror und die uralten, die die Fäden ziehen im Hintergrund, außerirdische Mächte in den Tiefen des Ozeans und das Ganze in den... Uff, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. 30er, 40er Jahren? So um den Dreh. Aber das sieht man ja auch an ihrem Outfit hier. Der Finger ist cool. Äh, ja. Wir schauen jetzt aber mal rein. Das Ganze wird blind sein. Dementsprechend wird es recht holprig sein, aber gucken wir mal. Enter, Play. So, was haben wir? Wir haben pixelige Fäuste. Linke Maustaste, schon mal angreifen. Ja, wir haben oben links 3 von 3 Leben, nehme ich an. Null blaue Dinge. Null Schlüssel. Null Patronen. Und wir sind in der Bücherei. Da können wir wahrscheinlich unser Aussehen ändern, ha? F-Examen. Äh, bzzz. Ne. Wir nehmen mal sie. Ah, sieht doch schick aus. Hat was Tomb Raider-artiges. Okay. Was haben wir hier? Buch. Elder Ridge Library. Ach so, das sind die Credits, die das Spiel gemacht hat. Äh. Ganz viele Bücher. Ja, das wird definitiv ein Tutorialgebiet sein. Mit sehr vielen Sachen, die funkeln, die man anklicken kann. Was haben wir hier? Buch. Explorers Journal Page 2. Also, habe ich irgendwo eins übersehen? Diese Bücherei scheint riesengroß zu sein. Ich bin mir nicht länger darüber im Klaren, ob es einen Rausweg gibt. Es fühlt sich an, als wenn ich immer wieder dieselben Erfahrungen machen würde. Tag für Tag auf ewig. Okay. Damit wollen sie wahrscheinlich erklären, dass wenn man stirbt, dass man hier wieder auftaucht. Also es ist kein richtiges Roguelike, sondern eher so wie Rogue Legacy. Das heißt, man stirbt zwar, aber nach jedem Tod verändert man irgendwas hier in seinem Zuhause, wenn man diese Bücherei als unser Zuhause mal sehen will. Nehme ich jedenfalls an. Aber müssen wir gucken. Falls ich einen Ausgang von diesem Wahnsinn finden sollte, dann wohl durch diese glühenden Bücher, die wir hinter uns gesehen haben. Es gibt unsagbare Kraft in diesen Seiten und unaussprechlichen Horror. Es scheint, dass die Geister von uralten Wesenheiten schlummernd in den Büchern liegen. Doch weiß ich nicht aus welchem Grund. Aber ihre kollektive Kraft muss der Schlüssel sein für meine Gefangennahme in diesem Labyrinth. Okay. Glühende Bücher wären da. Noch mehr Bücher hier. Und eine Truhe. Truhe. Die Bank. Ja, das ist definitiv ein Zeichen für mich dafür, dass wir, wenn wir sterben, wir Sachen behalten können. Eine Bankkiste. Du kannst deine Artefakte in der Bankkiste aufbewahren, um sie sicher zu behalten. Artefakte, die du hier deponierst, können später wieder abgezogen werden. Bei dieser oder irgendeiner anderen Kiste. Wenn du stirbst, verlierst du all dein Hab und Gut. Aber die Artefakte, die hier gelagert werden, bleiben bestehen. Wir haben null. Das sind die blauen Dinger. Okay. Die Bücher. Ah, Sprinten mit der Shift-Taste. Während Sprinten crouchen ein Powerslide. Was? Shift-Sprinten, C, crouchen. Okay. Whee! Okay. Whee! Okay, genug umgearbeitet. Wir sind in der Bücherei. Leertaste springen. Okay. Crouchen C haben wir schon. Und man wird schlechter gehört. Und nochmal der Powerslide. Es scheint wichtig zu sein. Leaning. Also nach rechts und links lehnen. Die Sichtbarkeit von Gegnern ist nicht durch das Leaning beeinflusst. Okay, also wenn ich jetzt hier stehe und ich mich nach da lehne und ich sehe einen Gegner, sieht er mich nicht. Sehr praktisch. Okay. Und man kann die Kontrollen ändern. Sehr gut. Und da haben wir was Blaues. Da haben wir noch was Blaues. Artefakte. Dieser extraterrestrische Stein ist die Hauptwährung in dieser Welt. Du kannst mit ihnen Güter kaufen oder besondere Fähigkeiten aktivieren. Okay. Ding, ding. Ding. So. C wieder weg. Wir haben funkelnde Bücher. Die gucke ich mir gleich an. Die sind wahrscheinlich wichtig. Und das geht ganz schön weit hoch hier. Und das sind viel zu viele Bücher, als wenn ich die Lust hätte, sie alle gleich zu lesen. Das kann man später mal machen. Jetzt würde ich eigentlich ganz... Frucht essen? Nee, lass mal. Jetzt würde ich ganz gerne eigentlich das eigene Spiel mal sehen. Dafür brauche ich wahrscheinlich die Dinger. Ja, hier sind nur noch mehr Bücher. Oh, Waffen und Objekte. Drücke die linke Maustaste, um einen Schlag auszuführen, einen Gegenstand zu werfen oder eine Waffe abzufeuern. Drücke Z, um den Gegenstand auf dem Boden fallen zu lassen. Du kannst zwei Waffen oder Objekte zur selben Zeit tragen. Drücke X, um zwischen ihnen zu wechseln. Achso, das ist da unten rechts. Wir haben jetzt die Flasche aktiv. Flasche nicht aktiv. Flasche aktiv. Flasche nicht aktiv. So schlage ich. So werfe ich eine Flasche Alkohol gegen meine Bankkiste. Okay. Oh, die Ressourcen hier sollten wir vielleicht gar nicht so verschwenden. Wer sind die wirklich endlich? Das wäre nicht so schön. Okay. Gucken wir mal ein Spiel selbst, also in die Action. Weil wegen dem Intro-Video dachte ich, dass es wesentlich actionlastiger ist. Momentan scheint es ja schon fast eher ein Adventure zu sein mit den ganzen Büchern. Aber Hintergrundgeschichte schadet nie, sage ich immer. Dieses Buch ist einer Sprache geschrieben, die du nicht erkennst. Als du dir die komisch anmutenden Glyphen genauer anguckst, scheinen sie von den Seiten abzuheben. Und eine bizarre und alienartige Form von der Welt und Kreaturen, die sie beschreiben, darzustellen. Die Wörter umkreisen dich. Die Wörter umkreisen dich. Du siehst nicht mehr die Bücherei und in deinem Kopf gibt es das unerträgliche Surren und Summen einer prähumanen Sprache. Schockiert versuchst du das Buch zu schließen, aber du findest dich selbst wegteleportiert zu einer Alien-Welt. Wie umschreibt man Alien? Zu einer unertlichen Welt? Zu einer außerirdischen Welt? Ne, außerirdischen Welt. Die in diesen Seiten beschrieben wurde. Flup. Das sieht schon eher so aus wie das, was ich gesehen habe. Oh, kleiner Mann. Äh, also da hinten schon mal der ist. Hallo, kleiner Mann. Warum siehst du mich? Warum hat er mich gesehen? Ich hab mich doch geduckt. Hm, na gut. Erster Toter. Looten. Durchsuche Leichen für Munition, Artefakte oder andere Gegenstände. Nachdem sie gelootet wurden, wird der Gegner irgendwo in dem Level respawn. Also sollte ich... Oh, drucken. Also sollte ich eigentlich gar nicht looten? Weil dann keine Gegner respawn? Dann komme ich aber nicht an Zeug ran. Das ist eine interessante Spielmechanik. Okay. Ne, Ausrüstung. Ausrüstung ist tragbare Equipment, die deine Fähigkeiten verbessern oder neue Fähigkeiten freischalten. Ausrüstung kommt in drei Kategorien. Schuhe, Kits und Gadgets. Du kannst jeweils nur eins von jedem tragen. Also ein paar Schuhe, ein Kits und ein Gadget. Und wir haben jetzt ein Gadget, nehme ich an. Den Kompass. Äh, wenn du einen Kompass trägst, siehst du die wichtigsten Punkte auf der Minimap. Der Kompass zeigt außerdem zu dem Ausgang des momentanen Levels. Da unten. Okay, Buch. Explorers Journal, Page 1. Etwas sehr Ungewöhnliches ist mir passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich dies aufschreiben sollte, für den Fall, dass ich nicht zurückkehre. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich ein kurioses Buch in der Bücherei untersucht habe. Also, wie wir eben gerade auch. Und dass ich nun in dieser gefährlichen Welt voller schleichender Monster und tödlicher Fallen bin. Wenn meine Forschung korrekt ist, dann bin ich in dem verlorenen Tempel des uralten Gottes Dargon. Ein mächtiges Relikt scheint hier in den Tiefen dieser Welt begraben zu sein. Vielleicht hält dies den Schlüssel zu meiner Flucht. Okay. Also, es ist schon mal alles ziemlich offen und durcheinander gewürfelt. Also, offensichtlich zufällig generiert. Was zu sehr interessanten Leveling führen könnte. So, jetzt bringe ich den um, aber ich loote ihn nicht. Das ist sehr unheimlich. Ne, hier geht es nur im Kreis, okay? Da irgendwo muss dieser Putzentyp sein und stirb. Okay. Das war einfach. Da ist eine Tür. Aber soweit, erster Eindruck, sehr cool. Also, einmal, dass es kein richtiges Roguelike ist. Da hätte ich momentan nicht so wirklich die Nerven zu. Dass man wirklich jedes Mal alles verliert. So behält man hier anscheinend wirklich ein paar Sachen wenigstens. Und die Level sind total abgefahren. Das scheint mir eher sehr taktisch zu sein, dass ich gut vorgehen muss. Also, statt dass ich einfach durch die Gegend laufen und alles töte. Funkeln ist komisches Ding. Abgeschlossene Tür. Wir haben keinen Schlüssel. Oh, da ist ein kleines krabbelndes Ding. Und ich gehe mal davon aus, dass es Fallschaden gibt. Also, sollte ich nicht einfach da runter hopsen. Hier. Oh, da unten ist irgendwas Humanoides. Da ist das kleine krabbelndes Ding gewesen. Da. Äh. Der wundert sich auch gerade, was wir machen. Ne gut, er scheint uns zu ignorieren. Gucken wir mal hier rein. Oh, unsere Kiste. Oh, und ganz viele blaue Dinger. Äh, ich tue erstmal alles, was wir gefunden haben, in die Bank. Nur für den Fall, dass wir sterben. Was wir höchstwahrscheinlich tun werden. Dann bringe ich das Ding hier um. Und loote es, weil ich gierig bin. So. Und ich probiere jetzt doch mal etwas aggressiver vorzugehen. In der Hoffnung, dass wir einfach ein paar Münzen machen. Und dann alles in die Bank bringen. Weil jetzt weiß ich ja, wo eine Bank ist. Stirb. Bisher soweit. Ziemlich einfach. Äh, okay. Aber wahrscheinlich wird das nach unten hin. Hallo. Du kannst keine Leiter benutzen, ne? Es tut mir leid. Was? Okay. Äh, Fleisch. Brauchen wir nicht. Also lass dich lieber mal da für später. Äh, wir wollten, wo wollten wir hin? Äh, zurück zur Bank. Wo war die Bank? Ich kenne diese Karte da oben noch nicht wirklich in Ziffern. Ähm. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Irgendwo ist noch so ein Krabbelding. Genau. Da ist die Bank. Sehr schön. So, alles rein. No. Ein Schlüssel hätte ich immer noch ganz gerne. Aber wir haben nirgends rein gesehen. Da ist noch so ein funkelndes Ding, wo wir nicht rankommen. Oh, warte mal. Vielleicht können wir da rüberspringen. Dann sparen wir uns den Schlüssel. Ah, jopp. Tada. Wer braucht schon einen Schlüssel? Sehr schön. Ah, dass es wirklich frei ist. Also dadurch, dass es zufällig generiert ist, kommen halt solche Sachen auch zustande. Dass man nicht einfach nur hier reinkommt, wenn man Schlüssel hat, sondern wenn man, keine Ahnung, einfach rüberspringen kann, kommt man rein. Wenn man vielleicht ein Seil findet oder so, kommt man rein. Ah, das ist sehr schick. Aber gut, was machst du jetzt? Eine Resonanzstatue.